Eilmeldung Ein Mann hat in Leipzig-Paunsdorf versucht mehrere Kinder zu entführen. Der Mann ist im Moment flüchtig. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm. Passt auf eure Kinder auf. Die Mitteilung der Bild-Zeitung kommt von 12.06 Uhr. Weitere Details sind nicht bekannt, außer dass Polizeihubschrauber auf der Suche sind. Die Originalmitteilung lautet Ein unbekannter Mann versuchte drei Kinder mit Gewalt den Eltern zu entziehen. Ich werde weiter berichten, insbesondere sobald die Gefahr vorbei ist.